Ja, hallo, ich bin der Mesut und ich wollte nur sagen, ich finde es super, dass so viele Leute da sind, also wirklich, aber wenn ihr euch vielleicht denkt, die paar Makseln da, das sind nicht so viele Leute, aber für das, dass Wien so viele Einwohner hat, wie es heute einmal hat, sind das echt viele Leute, weil wenn man sich anschaut, wie das in Deutschland angefangen hat, da waren in der ersten Woche auch circa genauso viele Leute, nur haben die zig Millionen mehr Menschen, also ich finde es schön, was da für ein Potenzial ist und ich glaube, das sollte man im Kopf behalten. Applaus 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 Applaus